Guyana und Venezuela haben sich darauf geeinigt, im Streit um das Gebiet Ezequipo auf Gewalt zu verzichten. Das Territorium ist reich an natürlichen Ressourcen und umfasst fast 160.000 Quadratkilometer. Der Disput dauert bereits seit Jahrzehnten an. Die politischen Spitzen beider Staaten versicherten einander, während ihres Treffens in der Karibik, den Streit in Übereinstimmung mit geltendem Völkerrecht beizulegen. Der Streit war eskaliert, nachdem Venezuela am 3. Dezember in einem Referendum die Annexion des Gebietes beschlossen hatte.